What's up. What's up. Und wir sind wieder da. What's up. What's up Gamers. Hey Gamers. Jetzt musst du wieder runterlaufen. Ja. Ich gehe einfach mit uns ein. Oh, du könntest gleich vielleicht hochspringen. Vielleicht gibt's was oben. Da oben. Da oben? Ja. Da gibt's Wäsche. Und Wäsche bringt Zeug in dein Eintrag. Fuck. Ja. Aber man kann ja von diesem... Da wo dieser Krähen-Dude sitzt, der... Und bei Didjo gab's auch was. Sehr viele Dinge heute. Ich kann schon mit dir reden. This is my property. But it's my street. You ain't changed since you was a kid. Noch mal. Hoa. Hoa. Ha. Ich meine, du könntest gleich mit Zelmers reden und dann weiterlaufen, ich guess. Nice, Zelmers. Das war alles geplant. What's it like being back? Well, I just got home. So... Just like taking it all in. Feel like anything's changed? Yeah, totally. Nah, not really. Not really. Same old, same old. Same people, same streets, same trees. I wish I could. Sorry. Das ist okay. Du kannst es übernehmen. Du bist nice in diesem schlimmen Ding. Wanna go to the ocean? Get a stable job that pays more for them? Make jewelry out of things I find on the beach and sell them? And do karaoke every night? Can I come visit? Can you karaoke? Okay. Does it have to be any good? Don't matter, girl. Just show up. Just gotta show her. Zeit für Karaoke. Das ändert unsere Konversation. Ja. Du hast einfach auf mit Leuten zu reden. Ich finde gut, dass diese Straßen einen Winkel von 45 Grad haben oder so. Wo sind wir? Ja. F***, wie heißt diese Stadt nochmal? Welche Stadt? Diese amerikanische Stadt, wo die Straßen extrem steil sind. San Andreas? Amerikanische Stadt. Liegt San Andreas nicht in Amerika? Nein. Arnold Appelbaum. Appelbaum. Owned the mining company like a thousand years ago. Dad said he was a crook who hated the unions. But we did get a library. It got turned into apartments. Hmm. Don't think I've ever read this plaque before. Arnold A. Applebaum. The name is Aaaaah. Okay, gut. The father to all workers. The grandfather to their children. The great-grandfather to those children's children. Keeps going like that for a while. Wrapped at 1910. So you can also fill space. Bea is this dude right outside her window. Constantly. Arnold Stalkerbaum. He-he. A truck. Hello Bea, did you get my texts? Arnold Stalkerbaum. Did you get my texts? No Bea. Now, for the wash, Marco. du kannst dach hoch springen auf dieses blaue haus oder du kannst so versuchen das wäre mir zu risky wieso wenn du wäsche rauslänge siehst denkst du dir nicht ich muss immer davor angst haben dass meine unterhosen verflucht sind es tut mir leid hier hängt nur eine socke vielleicht hat dieser dude nur ein bein stop judging es ist okay du hast dazugelernt die dir tut pale white tunnel fish easy to catch and so delish that's good oh god you were listening spring noch nicht noch keine worms spring spring keine kids heute da draußen keine freshen kids keine crops keine craps wie hat sie so lange durchgeschlafen wie hat sie so lange durchgeschlafen 24h mom better take shelter here come the smelters no use hiding smelters will find you hat sich noch nicht mal gereimt schon weak na da kommt man auch nicht hoch ach stimmt man muss jetzt einiges ach stimmt man muss jetzt einiges fave take it all in hey mei guttumf on my ears wow wow sounds like the ocean in here Das ist großartig, dude. Du hast ihn Angus gesehen? Every night. Ja, ich meine, wie... Wo ist Angus jetzt? At work, at the Video Store. What do you want Angus for? Got computer problems. Figured he might know a thing or two. He's a hacker. Really? I'm pretty sure he hacks. Wow. Cool, dude. I'll catch you later. Definitely. I'm so glad you're back. Got cups on my ears. For that arm, huh? Jeez, yeah, what the hell. What do you think happened? I don't know. How does an arm end up on the sidewalk? In Possum Springs. I mean, kinda cool, but creepy. And like, two doors down from our apartment. You live in Tony Century now? Yeah, we live next door. Haha, man, you have been away for a long time. I have. You up for hanging out later? So much to catch up on. Nah, got dinner with the family. Is that a good thing or a bad thing? A friend, I think. And okay, I think. That's what I know from his eyes. It's like the background, the wall. Yeah, that's... That's what I'm stressed. I'm like, because I have the feeling that it's so like... As if the people have drawn the background and didn't want to paint the background. Like, like, the eyes have, the color with it. Like, the eyes have, the color with it. Like, you know. You know. So, I don't need words. Is it six o'clock yet? Is it? Swoop in for a bite. Snakens. Fruit's ghost. Fruit's ghost. Fruit's ghost. Generation's fiasco. Crunchsters. Angry pepper. Angry pepper. Bitte in der Geschmacksrichtung angry pepper. Was? Das war die Geschmacksrichtung von diesem Crunchers. Angry pepper. Aber was ist... Geh zurück. Like da. Bitte in der Geschmacksrichtung. Original und angry pepper. Carl's Crunchsters. Carl. Snack to school. Verkauft diese Lade echt nur Snacks? Yes. Snackfalken. Aber like. Das ist quasi ein Keyword, aber mit nur Snacks, keine Zeitschriften. Like. Wie gut würde so ein Laden laufen? Like. Würden Leute nur Snacks in einem Laden kaufen? I don't know. I guess. Sich nur von Snacks ernähren? I would. I could. You disgusting boy. I am disgusting. You're a disgusting boy. You're a disgusting boy. Oh, können. Nein, können nicht Bear. Bei... Bear? Bear. Bear. Bear besuchen. Nicht Bay. Bay. May und Bear, Jesus. So viele ähnliche Buchstaben. Aber ja, es ist anscheinend echt sonst nichts hier gerade. Ja, irgendwie ist eine Mama einfach voll viel abgesperrt. Ist dieses Eichhörnchen-Göttchen-Despawnd aus dem Nichts? Ich hab nicht drauf geachtet. Das ist das Geister-Eichhörnchen. Crabman Es ist Stag.. Party-Ball Party-Ball Brr... 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 Jetzt komm zu Angus. Zu Angus. Was? Fall minority, die Tür rein Der? Das ist nicht ein Angus. WTF? Are you Angus? Can I help you? Where's Angus? Oh, he works day shift? It is day? I got here early. Wait, why does everything you say sound like a question? You do the same thing? I just didn't comment on it. Really? Yeah. Night shift, huh? That's cool. I'm at home with my baby during the day. Until my mom gets back from work. Ew, babies. Pretty cool job though. Get to watch movies, eat candy, meet cute guys. Cute guys. What's wrong with guys? I don't know, cute guys are overrated. Death chill free, dinos pro... Be nice. Be nice. Braineater. Dinosaur problem. Faith movie. Death chill 1. Crime wave. Which crimes have these waves? Beaver priest. Like... Attack yourself. I'm a swamp husband. I'm a crime wave. Was für ein crime war das? Wer weiß. Vielleicht alle von ihnen. Wo ist jetzt Angus? Zuhause. In an apartment. Ach so. Ah. Was war das? Man kommt so schön ins apartment wild. Und das ist so schön. Oh ich will. Und da. Ich hab's gesehen. Oh. 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 nehmen und du einen Aufzug im Haus hättest. Klicke. Hallo? 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 Du bist nicht Angus? Wer ist das? Wer bist du? Da steht glaube ich an Angus. Wer bist du? Meil Borowski. Was hast du verkauft? Hast du eine Menge Leute verkauft? Hallo? Klicke. Ich klingel auch immer bei random Leuten und dann... What? Is that no button? Hm. There's gotta be some way to make this work. Du... Angst du leen. Klicke. Mies? Uh, hi Angus? Angus, you say? Dude, it's May. Tell me about yourself, Maybelline. This isn't Angus. Would you like to be? No? Bye. Click. Klicke. Dieses und diese liebe Handschrift. Maurice? May. Angus? May? Yeah. You're not Angus. And you're Maurice. I'm glad we thought we died out. Click. God, that's not when we looked at the house of a friend's house. We just knew how it's called names. Like, we don't know how it's called in the house. And there are damn many people who call Schäfer with names in this area. We have called so many foreign people. Hello, Angus? Are you searching my child? Yeah. For Angus. You can search all you like for your Angus. Everyone has a different Angus. For some, Angus is a happy marriage. For some, a good career. For some, a fancy car. My Angus is a guy named Angus. This year. My child, no Angus will ever compare. To the one true Angus, the Lord God above. Okay. I'm going to go to Angus. Excuse me. Dear, have you encountered God this day? Look, my mom works at the church. I'm in the club by default. Click. Okay, now. Ah, no. You have the title, or even better. Hello? Hello. I'm looking for Angus. Any idea where Angus lives? I believe he is at number two. Written on the button, I think. It looks broken. Sexy little guy. He lives with kick that I... Jesus. Crack? Or something. Ow. Beats me, kid. I just live here. Click. He looks good. A very helpful dude. Click. Hello? Who? Who is this? Hi, it's May. May? Yeah, May. I just got electrocuted. Oh yeah, it's fiddly. There's no button. Yeah, you can, like, stick a screwdriver in and... Oh, it's too late now. Uh, come on up. Click. Wieso hat sie nicht die Treppe benutzt? Aber ich weiß ja wahrscheinlich nicht, wo sie genau wohnen. Sieht man auch am Knopf. Aber sagen die Knöpfe echt darüber aus, wo man wohnt? Irgendwie da im zweiten Stock oder im vorletzten Stock. Leck, ich dachte immer... Leck, ich hab das Gefühl damals, dass wir in der Wohnung gewohnt haben, haben keinen Sinn gemacht, wo die Klingeln sind. Bei uns ist das doch so, zumindest. Ach, Leute, die in Norden Sinn und Ordnung haben. Naja, jedenfalls werden wir erst nächstes Mal weitermachen. Mit Länges reden, also. Bis dann.